Und er wird die Freude über diese Braut ausdrücken. Und weil die, die zu ihm gehören, sich reinigen und im Frieden Gottes leben, wird große Freude auf ihnen sein. Die Freude ist die Folge der Übereinstimmung, der Herzensübereinstimmung. Und das wird das Kennzeichen der Gemeinde sein. Halleluja. Ich sagte, dass die Braut bereitet wird, indem sie die Worte Gottes hört. Und es sind die Worte, die widerspiegeln, die einen lebendigen, nachhaltigen, bleibenden Eindruck vermitteln über das Herz Gottes. Diese Worte aus dem Herzen Gottes, sie werden die Braut bereiten. Lass uns zu 2. Korinther gehen, Kapitel 11. Und hier sehen wir den großen Apostel und wer genau in dieser Weise diente. 2. Korinther, Kapitel 11. Paulus hielt keine theoretischen Lektionen ab über den Eifer Gottes. Er kannte den Eifer Gottes, weil der Eifer Gottes in ihm lebte, weil der Eifer Gottes ihn gepackt hat. Und aus dem Eifer Gottes heraus hat er gedient. Er demonstrierte den Menschen den Eifer Gottes. Gott hat Eifer. Eifer, um uns bei sich zu haben, uns rein zu bewahren. Eifer, dass wir das werden, was er sich gedacht hat für seinen Sohn, die Braut. Hier siehst du es im nächsten Vers. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das ist der Eifer des Vaters. Der Vater will seinen Sohn belohnen. Der Vater will seinen Sohn nicht enttäuschen. Der Vater wird dafür sorgen, dass sein Sohn bekommt, was er verdient. Und was immer für Maßnahmen, und was immer für Klarheit, und was immer für Erschütterungen, und was immer für Gerichte notwendig sein werden. Gott wird alle Maßnahmen ergreifen, damit der Sohn bekommt, was er verdient. Halleluja. Dem Vater ist das nicht gleichgültig. Der Vater ist nicht nachlässig. Er hat gesagt, naja, wir hatten es gut gemeint, war ein guter Plan, aber irgendwie ist da jetzt Sand im Getriebe. Irgendwie ist da so viel Lauheit und so viel Desinteresse. Und ein lauer Sommerabend und die Hälfte bleibt einfach weg und sitzt auf der Terrasse. Und statt Rauchopfer zu bringen, genießen sie den Rauch vom Steak, was auf dem Grill brützelt. Naja, nun ist das mal so. Können wir jetzt auch nichts mehr machen. Gott resigniert nicht. Er sagt, ich habe Eifer. Und dieser Eifer wird etwas tun. Und dieser Eifer wird wohnen in Menschen. Und aus diesem Eifer heraus werden Menschen angesprochen, werden Menschen gezogen, werden Menschen wachgerüttelt. Und sie erleben das Herz Gottes, seine Sehnsucht, sein Eifer. Halleluja, was für ein wunderbares Wort, dass der Eifer Gottes in eine Menschenwohnung nehmen kann. Was für eine Dimension der Erlösung. Wahrlich, das Wort ist wieder Fleisch geworden hier im Paulus. Und er war gepackt von diesem Plan, die Gemeinde als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Halleluja. Ich hoffe, ihr habt euch auch was zu trinken mitgebracht. Halleluja. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Was für ein wunderbares. Was für eine Motivation. Paulus hat nicht gepredigt, hat nicht gedient, hat nicht Gemeinden besucht. Hat sich nicht um Gemeinden gekümmert, um irgendwie ein Global Network zu errichten. Um Präsident zu werden. Und jedes Jahr, am Jahresende zu zählen, wie viele neue Gemeinden zu seinem Global Network hinzugekommen sind. Er war nicht an solchen Dingen interessiert, sich einen Namen zu machen. Er war dann interessiert, dass Herzen rein bewahrt werden für den Bräutigam. Das war sein Plan. Das war sein Ziel. Dafür hat er gearbeitet. Dafür hat er gekämpft. Dafür hat er gelitten. Und Gott wird diese Art von Eifer in uns hineinlegen. Der Sohn verdient eine reine Braut. Nichts anderes hat er verdient. Nichts anderes hat er verdient. Und wenn Gott uns berührt mit diesem Eifer, werden wir besorgt sein um unser eigenes Herz. Und wir werden besorgt werden um die Herzen unserer Brüder und Schwestern. Wir werden nicht so arrogant tun und isoliert wie Kain. Er wurde gefragt, wo ist sein Bruder? Und er gab diese freche, unverschämte, dreiste Antwort. Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Ja, wenn davon etwas in seinem Herzen wäre, dann wäre Abel noch am Leben gewesen. Aber da war kein Interesse. Mein Bruder soll es gut gehen im Herrn. Mein Bruder soll wachsen in Gott. Mein Bruder soll alles bekommen in Gott, was Gott für ihn hat. Sondern da war Neid da und da war Eifersucht da. Weil das Abel, Opfer, angenehm war vor Gott. Und er konnte es nicht ertragen, dass jemand vorgezogen wurde, dass jemand etwas bekommen hat, was er selber nicht bekommen hat. Er sagte, wenn der, wenn ich nicht bekomme, was der auch bekommt, dann muss er sterben. Das war seine Haltung. Keine Verantwortung, kein Sinn für die anderen. Nur auf mich selbst kommt es an. So, da ist dieser wunderbare Eifer Gottes, der nicht nur in Worten sich ausdrückt, sondern der auch in Taten Gottes sich ausdrückt. Und Gott, Gottes Eifer bedeutet, er kann Ungerechtigkeit nicht ertragen. Das ist der Eifer Gottes. Er kann und er wird Ungerechtigkeit nicht ertragen. Spricht dich das an, ist das gut? Sagst du, ah, gut, dass er so ist? Wie viel Gleichgültigkeit ist da über die Gerechtigkeit Gottes, über diese Sehnsucht Gottes, dass endlich seine Ordnung aufgerichtet wird und damit das Leid aufhört. Wenn die Ordnung Gottes aufgerichtet wird, hört das Leid auf. Und das ist das Ziel, dass die Menschheit endlich unter die Ordnung Gottes kommt. Und der Eifer Gottes bedeutet, unser Gott kann Bosheit nicht ertragen. Und er wird sie nicht ertragen. Das ist so eine Hoffnung, wenn wir all dieses Zeugs um uns herum sehen. So eine Hoffnung. Es wird ein Tag kommen, wo das zu Ende ist. Es wird ein Tag kommen, wo die Lüge und die bewusst falschen Versprechungen nur, um im Moment ein bisschen die Luft rauszunehmen, um im Moment ein bisschen irgendwie die Wogen zu glättern. Und all diese Dinge, all dieser Betrug, all diese Beraubung, es wird zu Ende kommen, weil Gott Gerechtigkeit lebt. Und er wird sie herstellen. Am Ende haben wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Das heißt doch nicht, in welcher permanent Gottesdienste abgehalten werden, sondern in welcher Gerechtigkeit wohnt. Unser Gott hat Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und wenn wir ihn kennenlernen und wenn wir mit ihm gehen, dann fängt diese Sehnsucht an uns zu ergreifen. Jesus sagt, selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Nicht Passivität, nicht, naja, das ist nun mal so. Was kann man schon machen? Wir dürfen unsere Herzen nicht kalt und stumpf werden lassen. Wir müssen drinbleiben in diesem Eifer, in dieser Hoffnung. Und es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Und es wird ein Tag kommen, wo kein Schmerz, kein Leid, kein Betrug, kein Missbrauch, keine Manipulation, keine Selbstverherrlichung und all diese Dinge, die das Leben so schwer machen, es wird sie nicht mehr geben. Und für immer wird der Teufel weggesperrt sein und nie wieder Zugang haben zu den Herzen der Menschen. Das ist die Hoffnung. Und die müssen wir kultivieren und darüber muss eine Dankbarkeit sein. Wir dürfen nicht sagen, naja, steht in der Bibel, okay, wird wahrscheinlich auch so sein, aber das hat mit mir und mit meiner Beziehung zu Gott nichts zu tun. Wenn du das rauslässt, kein Wunder, dass kein Feuer da ist, kein Wunder, dass kein Eifer da ist, kein Wunder, dass keine Bewunderung über deinen Gott da ist. Er ist anders, total anders als diese Welt, total anders. Und die, die sich rufen lassen heraus aus der Anpassung an diese Welt, hinein in Anpassung an sein Herz, die sind gesegnet, sagt Jesus. Selig, glückselig, die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Oh, das müssen wir kultivieren. Jedes Mal, wenn du Nachrichten siehst, die Zeitung aufschlägst, mit dem Nachbarn sprichst und hörst von all diesem Elend, von all diesem Zeugs im Kleinen und im Großen, in den Häusern und in den Nationen. Wir dürfen das nicht loslassen. Der gerechte Richter wird kommen. Er wird kommen. Es wird ein Tag kommen, wo Gott endgültig mit aller Bosheit abrechnen wird. Und wir müssen kämpfen, dass diese Hoffnung in uns nicht stirbt. Nicht um der Welt willen, um unseren Willen. Wenn diese Hoffnung stirbt, wenn das nicht mehr etwas ist, was uns in Bewegung bringt, in Dankbarkeit bringt, in Anbetung bringt, in Hingabe, dann sind wir losgelöst von ihm. Diese Eifer brennt in unserem Gott. Hebräer 1, Vers 9 Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das ist unser Jesus. Halleluja. Freust du dich, dass in seinem Herzen unbändiger Hass ist? Ja, ich freue mich darüber. Er sagt nicht, naja, diese Dinge gehören zum Leben. Das ist nun mal so. Man gewöhnt sich dran. Ich bin schon länger dabei und das ist einfach so. Der Hass im Herzen Jesu auf die Bosheit ist lebensnotwendig für dein geistliches Leben. Und wir haben zu lange einen harmlosen, domestizierten, angepassten Jesus gehabt, der nicht der Jesus der Schrift ist. In seinem Herzen ist Liebe zur Gerechtigkeit. Und Liebe zur Gerechtigkeit ist nur dann echt, wenn sie einhergeht mit Hass auf Gesetzlosigkeit. Sonst ist diese Liebe nicht echt. Und in unseren Tagen der humanistischen Verwührung wollen manche lieber sein als der liebe Gott. Und sie haben so einen christlichen Pazifismus entwickelt. Oh, Hass in meinem Herzen auf das Böse. Nein, das dann doch nicht. Du bist Nachfolger Jesu. Du sollst werden wie er. In seinem Herzen ist Liebe zur Gerechtigkeit. Und weil die echt ist, ist Hass auf Gesetzlosigkeit. Und du hast gar keine Wahl, wenn du Nachfolger des Herrn sein willst, wenn du sagst, ich soll in sein Bild verwandelt werden, dann muss das kommen. Aber du musst das bejahen. Du musst das wollen.